Dann ist doch noch ein Kind! Also so kriegst du die Tür nicht zu. Hallo? Ach, wo soll ich denn jetzt hinschießen? Gut. Wie viel Schuss habe ich damit? Hm. Anscheinend mehr als genug. Nein! Nein, hier, schieß in den Boden! Dann schieß nicht in den Boden! Ähm. Was war das? Außer, dass ich gestorben bin. Ich fass gleich ein Wesen. Nein, ich, da unten, da! Nimm, 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 nimm! Tu irgendwas! Komm schon, komm schon! Gut. Wähle dein Bein, um frei zu kommen. Sie nach oben Walker abzuwehren. Ja. Gut. Achso, gut. Hör auf, wir müssen nach oben gucken. Und schießen. Und jetzt kommt der nächste. Den schießen wir auch noch. Und nimm das Bein. Dann nimm nochmal das Bein. Ja, hat doch beim dritten Mal funktioniert. Alle guten Dinge sind drei. Ah, toll! Wer schießt den jetzt? Ah. Okay. Warum bin ich als einzigster nach unten? Tolle Gruppe haben wir. Ja. Hast du recht, Molly. Tolle Gruppe haben wir hier. Na komm. Äh. Hallo! Du hättest die Axt ruhig mitnehmen können! Hm. Das führt zu dem Ruf. Wir können vielleicht einen Weg nach unten finden. Du hast nicht in die Stadt von der Rufbahn gekommen, hast du? Ja. Warum? aus. Ich kann dir die überall her herausziehen. Ich glaube, wir können das ja jetzt schaffen. Eh? Was haben wir aufregt? Er institutionalnten Gericht? Ja, man muss ja, man muss ja, die nach oben laufen. Hm... Kenny hat Ben anscheinend schon wieder komplett vergessen. Ach nö. Wer zum Teufel... Ach du meine Güte. Nein, 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 nein. Nein, nein, ich... Komm schon, Ben, du kannst jetzt nicht sterben. Nein. Nein. Ach guck mal, no. Du hättest wenigstens... Versuch doch wenigstens mal zu kämpfen. Mensch. Du kommst mit. Mir ist scheißegal, was du sagst. Du kommst mit. Nicht reden, laufen. Husch. Husch. Wir sind schon eh nicht viel Überlebende. Und jetzt husch. Husch. Mitch. Oh, Mead? Clementine. Oh nein. Clementine. Ah. Du hast es zurückgebracht. Ich sagte, ich würde, nicht wahr? Du hast meine Eltern gefunden? No, wir sind nicht. Sorry, Sweet Pea. Ich habe ihn gefunden, aber... Nein. Clementine, was ist passiert hier? One of those things got inside. Es versucht zu gehen upstairs. Ich habe es verletzt. Upstairs? Oh, Mead. Du hast gut, Junge. Real gut. Hey, was sagen wir gehen auf Oh, Mead? Außer Clementine und Oh, Mead eigentlich noch jemand da? Hm? Jetzt habe ich befürchtet, was ist passiert, wenn er gestorben ist und Clementine allein geblieben ist. Clementine, when did you last check on him? Like an hour ago? He was awake then. He was fine. Is he... I never should have left you. I'm so sorry. Kristen, get away from him. Boah. Hey. Back already? We got you medicine. Good. I feel like I could use some. Es hört sich an wie Tic Tac. You okay, kid? You look worse than I do. We almost didn't make it out of there because of this asshole. Should have left him behind, but we had the chance. Guys, what the hell happened out there? Let someone else tell you. I got work to do. Okay. With a little luck, you should start feeling better pretty soon. I'll stay here for a few more hours to check on him. Let me know if you need anything. Thanks, Doc. Yes. Thank you so much. Maybe now's a good time for you and me to have a little talk. In private. Listen here. About what happened to Bree. Don't beat yourself up, Overt. There was nothing you could have done. You want to know the worst part? What? I don't feel much. I mean, I don't feel enough. Shouldn't I be broken up over what happened to her? That's how I was when I lost my daughter. When I lost my friends in those first few weeks. But now, it's like I just take something like this in stride. Like this is what our world is now, and we'd better just get used to it. What did you want to talk to me about? I know you care about Clementine. Anyone can see that. And I know you want what's best for her. But this plan of yours, putting everyone on a boat with no destination, do you really think that's her best chance of finding somewhere where she can be safe? Because I don't. So I want to make you an offer. What kind of an offer? I'll take her off your hands. Take her back with me, to my people. We're well supplied, well hidden. And a lot of us have had kids of our own. And now Crawford's fallen, we got nothing left to fear from them. She'll be safe with us. Safer than she will be if she stays with you. I promise you. That's what you want for her, isn't it? Be safe? Nein. Anyone who tries to get between me and her, anyone, is going to wind up dead. Do you hear me? Take your hands off me. Oh. That escalated quickly. Okay. Okay. Ich könnte sie nie irgendwelchen Fremden überlassen. Irgendwann sind nochmal Vorräte zu Ende. Und sie wird auch ihre Eltern finden. Okay. Hey. Going somewhere? Yeah. I'm about to head out. I just wanted to say thanks. For everything. It's been fun. So that's it? After all we've been through, you're just going to leave? Yeah. I figured you don't owe me anything. I got what I wanted in Crawford. And I never did like the water. Where will you go? I don't know. I'll figure it out when I get there. What do you want me to tell the others? Tell them whatever you want. Tell Clementine she's going to be okay. You've got a good one there. She reminds me of me. Hmm. Hmm. Hey, sweet pea. Kenny's working on the boat. I know. What are we going to do? After he fixes it. Where will we go? Someplace else. Someplace better. Clem, honey. What's wrong? His Ben going to be okay. He doesn't seem the same since he got back. Well, he's been through a lot, Clem. He's just gotten a little overwhelmed, that's all. Well, I'm sure he'll be fine. Before we leave tomorrow, will we have time to look for my parents? I'd like to, Clem. But I don't think we'll have time. We really shouldn't stay here any longer. It's not safe. Das Kind ist acht Jahre alt. Meine Güte. Stimmt, was ist eigentlich mit dem Typen, der sich gemeldet hat? Den hab ich total vergessen. Der existiert ja auch noch. Oh, Gott. Wird eingeschlafen. Bitte sag mir nicht, dass sie weg ist. Oh, Gott. Kann ich einmal was glatt laufen? Die anderen sind weg. Auch nicht. Auch nicht. Das ist definitiv ihre Käppi. Aber wir gucken beim nächsten Mal weiter, wie es geht. Und bis dann sag ich mal Tschüss, Heddy. Und, äh, tschüss. Okay, ich hab überlegt, mir doch noch ein Stückchen weiterzumachen. Weil ich muss jetzt wissen, was das ist. Wir haben Clementines mit. Und verdammt nochmal, warum ist das Haus leer? Ich hoffe mal, dass das Boot noch da ist. Aber ganz wichtig ist, wo ist Clementine? Die ist bestimmt ihre Eltern suchen gegangen. Oh, oh. 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 Nein, das scheint nur das Walkie-Talkie zu sein. Ach du meine Güte. Die hätte das nie allein zurückgelassen. Es sei denn, es ist mit Geheim... Ich rege ab. Gott. Mein Herz. Oh nein. Oh, fuck. Leigh? 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 Oh nein. Are you crazy? What are you doing out here? It ain't safe. Leigh? Where's Clementine? She's not in her room. Vernon ain't in the house either. What the hell is going on? Whose blood is that? It's a Walker's. Fucker jumped me from behind. So where's Clementine? Clementine's gone. I found her hat and her radio on the ground out here. That's all I've found. There's no chance she just wandered off on her own? No. No way. Then who the hell took her? I don't know. Last night Vernon came to me and offered to take her with him. I don't know. Vernon, of course. She's been better off. Son of a bitch. I knew we couldn't trust that fucker. Wherever she is, I have to find her. Ehm... Clem may not have much time. We have a better chance of finding her if we all go together. Who's with me? Leigh, I'm sorry. We can't. It's too risky for us. Christa, come on! I know. But Lee's asking us to put our trust in him. And that's just too hard for me. I hope you understand. I really am sorry. I hope you find her. But you're gonna have to do it without us. It's okay. I understand. This wasn't an easy decision, Lee. I want you to know that. Then I'm just going to go alone. He has to make the boat clear. Lee, man. You know I care about Clementine. And I am a Christian man. And I keep asking myself. If this was me, asking you for help? Asking you to put your life on the line? Would you be there for me? Because there have been plenty of times when you ain't been. Kenny, you know what Clementine means to me. She's my family now. She's all I got. Hell. In the end, family's all that matters. And you were there for Katja and Duck when it mattered most, I guess. Alright. I'm in. What about you, Ben? Now, hold on a damn minute. I'm not going if this little shitbird is, too. Lee, you want to bring Clementine back alive, you leave him behind. He fucks up everything he touches. Er hat ja nicht, aber... Nick, Nick. Ben, noch nicht. Heifer. I don't want to cause any trouble. If Kenny doesn't want me to go, I'll stay here. Guess it's just you and me. We should go find Vernon, see if he took her. What about the boat? We can take care of it. Get it out on the water. How long do you want us to wait for you? If we're not back by nightfall, we're not coming back at all. Get the boat out on the open water and don't look back. Good luck. Scheiße. Ich wollte das Boot aus dem Wasser heben? Habe ich das gerade richtig verstanden? Vielleicht hätte ich Ben mitnehmen sollen, damit Kenny das mit dem Boot regeln kann. Ach Gott, ich weiß auch nicht. Reinste Katastrophe. Dachte ich mir, sie sind natürlich weg. Da sind nämlich keine Supplies mehr gewesen. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ach, great. Da, wo du sie nie findest. Looks like they got out of here in a hurry. Vernon, get out here. There doesn't have to be any trouble here. All I want is the girl. Give her back and nobody needs to get hurt. Ich glaube nicht, dass das wirkt. Hat er nicht gesagt, er hatte mal eine Tochter? Vielleicht sucht er jetzt einen Ersatz dafür. Ich glaube nicht, dass Clementine freiwillig mitgegangen ist. Das hört sich komisch an. Oh nein! Oh nein! Hat da wieder jemand die Glocken geläutet? Wir müssen hier raus, wir müssen hier raus, wir müssen hier raus. Clementine, are you all right? Where are you? Vernon, you son of a bitch. No, Lee. Motherfucker. Who is this? It's not Vernon, if that's what you're thinking. And you should really watch your tone. Clementine's fine. But if I were you, I'd choose my next words very carefully. Nein! Was ist die Feuerherrst? Den Jungen auf dem Dachboden. Hast du den Jungen auf dem Dachboden? Was habe ich den Jungen auf dem Dachboden? Ganze Sätze, bitte! Hypokratischer Eid. Hast du Venom, Belogen oder Bedroht? Du und Sechst nicht mehr waren, rational und aufrichtig. Allein zu Hause. Hast du Clementine mitgenommen? Du und 26. Spiele haben sie im Haus gelassen. Oh, die meisten haben sie wohl mitgenommen. Das hätte schlecht enden können. Wem dich schon und hast du Ben in den Tod stürzen lassen? Nein! Hast du der Gruppe den Biss gezeigt? Nein! Aus einem ganz bestimmten Grund. Ich werde Clementine retten und dann werde ich sagen, dass ich gebissen wurde. Sonst wäre doch keiner mehr mitgegangen. Ach, Scheiße. Naja, ich sag dann erstmal Tschüss und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüsseli. Tschüsseli. Bis zum nächsten Mal.